Die Sprachwissenschaft untersucht die menschliche Sprache. Das ist aber ein sehr, sehr großes Wissenschaftsgebiet und deswegen unterteilt man die Linguistik grob in fünf Teilgebiete. Das sind Phonetik und Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik, Pragmatik. In diesem Video geht es um die Frage, was Semantik ist. Und dazu werden wir uns auch den Begriff Bedeutung genauer ansehen. Und am Ende dieses Videos, dann kannst du drei verschiedene Theorien nennen, mit denen man der Antwort ein wenigstens ein bisschen näher kommt. Allerdings solltest du schon wissen, was mit Inhalts- und Ausdrucksseite des sprachlichen Zeichens gemeint ist. Denn an einigen Stellen werde ich in diesem Video darauf eingehen. Kein Problem, wenn du es noch nicht weißt, ich habe das Video hier oben für dich verlinkt und unten in der Infobox. Semantik ist, ganz kurz und knapp formuliert, die Lehre von der Bedeutung. Und das ist im Grunde schon eine Definition. Video zu Ende? Nee, wohl eher nicht. Ganz so einfach ist es dann nämlich doch nicht. Wenn Semantik die Lehre von der Bedeutung ist, dann muss man sich ja zwangsläufig auch fragen, was ist denn dann Bedeutung? Und diese Frage scheint auf den ersten Blick einfach und selbstverständlich zu sein. Aber kannst du eine Definition vom Begriff Bedeutung geben? Bedeutung ist das, was etwas bedeutet. Nee, natürlich nicht. Wir drehen uns im Kreis. Aber dieses Problem müssen wir klären, um besser zu verstehen, was Semantik eigentlich genau ist. Es gibt verschiedene Theorien zum Begriff Bedeutung. Einerseits gibt es die sogenannten referenziellen Bedeutungstheorien, in denen die Bedeutung eines sprachlichen Zeichens die außersprachliche Einheit ist, für die das Zeichen steht. Also, nochmal einfacher formuliert. Die Bedeutung eines Ausdrucks sind die Dinge in der Welt, die durch diesen Ausdruck bezeichnet werden. Das durch ein Zeichen bezeichnete Objekt nennt man auch Referent. Vor allem anhand von Eigennamen lässt sich das ziemlich gut erklären. Der Eigenname Ralf Medling, der referiert auf das Individuum. Ralf Medling. Die Beziehung zwischen beiden, also der Ausdruck und das Individuum, das nennt man Referenz oder Extension. Das ist natürlich schon eine ganz nette erste Herangehensweise, aber sehr weit kommt man damit nämlich nicht. Wie ist es nämlich mit Wörtern wie dort oder Einhorn? Der berühmte Schweizer Linguist Ferdinand de Saussure Der hat sich auch stark gegen einen solchen referenziellen Ansatz ausgesprochen. Er folgt einem Ansatz, der zu den mentalistischen Bedeutungstheorien zählen. Das Bezeichnete ist daran eine Vorstellung. Also, Ausdrücke erhalten ihre Bedeutung dadurch, dass wir sie uns in unserem Kopf vorstellen. Klar, das ist bei Wörtern wie einem konkreten Inhalt wie Stuhl oder Katze sehr logisch. Aber unter den Begriff Stuhl fallen viele verschiedene Stühle. Wie Schreibtestuhl, Hocker, Drehstuhl. Und wie ist das mit Begriffen wie Frieden oder der Konjunktion Wenn? Haben wir davon auch eine Vorstellung im Kopf? Hm, bis zu einem gewissen Grad schon, aber es gibt Grenzen. Das heißt, auch der Ansatz, dass Bedeutungen eine Vorstellung im Kopf sind, ist noch nicht so ganz zufriedenstellend. Überlegen wir noch einmal weiter. Wenn ich über einen Stuhl rede und du dich überhaupt nicht fragst, was ein Stuhl denn eigentlich ist, dann muss es also etwas geben wie eine Absprache zwischen uns. Aber die haben wir natürlich nicht bewusst getroffen. Wir haben uns nicht an einen Tisch gesetzt und haben dann vereinbart, was wir beide unter dem Begriff Stuhl verstehen, sondern es ist eine ganz unbewusste sprachliche und soziale Konvention. Na, jeder weiß anscheinend, was gemeint ist, wenn ich Stuhl sage. Aber wo kommt dann diese Konvention eigentlich her? Naja, wir sind Individuen, die einer Sprachgemeinschaft angehören und auf geteiltes Wissen zurückgreifen. Und dieses Wissen ganz regelgetreu auch befolgen. Und diese Bedeutungstheorie fällt in den Bereich der konventionalistischen Bedeutungstheorien. Ein ganz wichtiger Name in diesem Bereich ist Ludwig Wittgenstein. Und er sagte, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. So, Semantik ist also die Lehre von der Bedeutung. Und was ist Bedeutung nun genau? Keine Ahnung. Herzlich willkommen in der Welt der Linguistik. Ich habe also schon wieder eine Frage beantwortet, ohne sie zu beantworten. Es gibt halt eben viele verschiedene Theorien und ich lade dich ganz herzlich dazu ein, deine eigene Theorie zu entwickeln. Aber gerade deswegen finde ich Linguistik auch so spannend. Es ist ein riesiges und ungelöstes Rätsel. Und nach jedem Schritt, den man in eine Richtung setzt, in der Hoffnung, dass man vielleicht eine Antwort findet, entstehen wieder komplett neue Fragen. Und nach jedem Schritt, den man in eine Richtung setzt, und nach jedem Schritt, den man in eine Richtung setzt,